Hallo und herzlich willkommen! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, in diesem Video geht es um Webinare versus Videos. Mein Name ist Gwendoline und du bist hier genau richtig, wenn du Tipps und Tools kennenlernen möchtest oder auch Tricks, deine Sichtbarkeit und deine Reichweite online zu vergrößern. Das ist ganz egal, ob du gerade am Anfang stehst und mit deinem Business starten möchtest oder aber ob du schon ein Business hast, weil wenn du nicht gesehen wirst, dann wird auch niemand bei dir kaufen. Heute geht es um das Thema Webinare und Videos. Ich möchte beide Tools einfach mal gegenüberstellen und dir zeigen, welches für was super ist und welche Vorteile es gibt, welche Nachteile es gibt und wann du was einsetzt. Aber vorweg schon mal, beides sind mächtige Tools, die aus dem Online-Marketing nicht mehr wegzudenken sind. Beginnen wir einfach mal, beides gegenüberzustellen. Da haben wir zum einen das Webinar. Ein Webinar ist eine ortsunabhängige, aber zeitabhängige Veranstaltung. Und vor allem, es ist eine Veranstaltung. Das heißt, deine Teilnehmer müssen sich überlegen, ob sie Zeit haben, müssen sich diese Zeit freihalten, in ihrem Terminkalender das Ganze vermerken, also sprich wirklich einen Platzhalter haben, damit sie wissen, dein Webinar findet statt, weil nicht jedes Webinar wird aufgezeichnet, nicht jedes Webinar ist am Ende noch verfügbar. Und wenn man es nicht verpassen möchte, dann muss man live teilnehmen. Im Gegensatz dazu sind Videos natürlich komplett anders. Die sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche verfügbar. Das heißt, das Video arbeitet quasi permanent für dich. Das Video ist allerdings quasi losgelöst von dir. Es ist ja keine Live-Veranstaltung. Deine Teilnehmer müssen sich keine Zeit nehmen und können das Video gucken, können aufhören, wie auch immer. Gehen wir wieder zu den Webinaren. Die Webinare sind Veranstaltungen. Das heißt, du hast eine begrenzte Teilnehmerzahl. Es gibt natürlich Riesen-Webinare, klar, aber letztendlich ist das Ganze limitiert. Während du ein Video, zum Beispiel ein YouTube-Video, zur Verfügung stellst und ab dann ist das skalierbar, es geht nicht mehr quasi. Also heißt, dein Video kann ja immerzu für dich arbeiten und in einer Tour angeguckt werden. Du hast kein Limit. Es ist nicht bei tausend Zuschauern quasi, also nachdem tausend Leute dein Video gesehen haben, wird es gelöscht oder irgendwas, dein Video ist dauerverfügbar. Kommen wir aber wieder zu den Vorteilen, in dem Fall mit den Webinaren. Das Webinar als Veranstaltung mit den Teilnehmern ist sozusagen ein direkter Kontakt zu deinen Kunden. Das heißt, du sprichst direkt mit deiner Zielgruppe, du sprichst direkt mit deinen quasi Wunschkunden, weil natürlich am Webinar nur Leute teilnehmen, die das Thema auch interessiert. Also da wird keiner sein, der sagt, oh, ich wollte doch so gerne mal angucken, weil ich habe jetzt gerade noch eine Stunde Zeit und ich weiß nicht, was ich machen soll. Gucke ich mir doch mal ein Webinar zu dem Thema XY an. So ist es nicht. Es werden tatsächlich nur die potenziellen Kunden an deinem Webinar teilnehmen und die erreichst du ganz direkt. Im Gegensatz dazu ist es mit dem Video natürlich wieder ein bisschen anders. Das Video wird vielleicht von dem einen oder anderen geguckt. Man guckt mal rein, man hört auf, man guckt es halt nicht zu Ende, hat nur so einen Teil mitgenommen. Ach ja, interessiert mich, aber mich interessiert nur dieser eine Punkt und eigentlich interessiert mich das Thema auch nicht weiter. Ich brauche nur jetzt mal kurz eine kleine Info. Ist ein Vorteil, weil ich natürlich so auch Teilnehmer erreiche, die kurz eine kleine Info brauchen. Ist aber auch ein Nachteil, weil ich nicht im direkten Bezug zu meiner Zielgruppe stehe. Oder zumindest nicht permanent, wie in dieser einen Live-Situation. Und da können wir gleich das Nächste, was ich gerade sagte. Bei Webinaren bin ich in direkter Interaktion mit meiner Zielgruppe. Das heißt, ich spreche sie direkt an. Ich spreche auch direkt mit Ihnen, mit ihr, wie auch immer. Und ich gehe auch in den Austausch, also auch in Interaktion per entweder Chat oder aber ich hole sogar die Teilnehmer live mit in das Webinar. Also es ist ein echter Austausch, der zeitgleich stattfindet. Während ich im Video diese direkte Ebene zu meinen Kunden nicht habe. Ich habe quasi eine indirekte Ebene, weil ich auch da die Community erreichen kann, über die Kommentarfunktion, aber da wieder sehr zeitversetzt arbeite. Also schreibt jemand einen Kommentar, ich kann natürlich antworten. Das ist aber nicht die direkte Kommunikation, wie sie im Webinar stattfindet. Dafür der Vorteil beim Video wieder. Das geht natürlich 24-7, während es im Webinar eben nur in der Veranstaltung stattfindet. Auch nachher in einer Aufzeichnung eher nicht mehr. Also live sowieso, aber in der Aufzeichnung gibt es meistens diese Funktion nicht auch noch, dass man ähnlich wie bei dem YouTube-Video dann noch Kommentare hinterlässt oder so. Dann wird es nur noch konsumiert. Bei einem Webinar habe ich weiterhin den Vorteil, dass ich die Teilnehmer direkt erreiche. Das heißt, für mein Webinar melden sich Teilnehmer an. Ich habe dadurch die E-Mail-Adresse, kann sie direkt erreichen, kann direkt nochmal erinnern und sie quasi, ja, nochmal diesen Bezug herstellen, nochmal direkt mit ihnen kommunizieren, auch schon vor dem Webinar, nämlich über E-Mail zum Beispiel per Erinnerung schreiben. Bei YouTube ist es nicht ganz so. Bei YouTube oder bei Videos habe ich eben natürlich auch die Möglichkeit, meine Zielgruppe zu erreichen. Aber da sind es dann alle die, die sich für meinen Kanal eingetragen haben, in dem Fall zum Beispiel, die dann die Glocke aktiviert haben. Das könntest du jetzt auch tun, dann verpasst du nichts mehr. Nein, aber alle, die sich dafür eingetragen haben, bekommen eine Erinnerung, aber auch nur einmal per E-Mail und fertig. Während ich beim Webinar natürlich nochmal vor dem Webinar nochmal eine Erinnerung schreibe, nach dem Webinar nochmal ein Follow-up schreibe, das habe ich bei Video nicht. Da ist der Bezug deutlich stärker zu meiner Zielgruppe im Webinar als bei YouTube. Der nächste Punkt ist, dass ich mit dem Webinar natürlich ein bestimmtes Ziel verfolge. Mit dem Video auch, aber mit dem Webinar als Live-Veranstaltung zum Beispiel einen Launch vorbereite und natürlich da dann über das kommende Produkt sprechen kann oder über kommende Serviceleistungen oder wie auch immer meiner Zielgruppe zumindest ganz gezielt Infos gebe und relativ sicher sein kann, dass sie das Webinar auch bis zum Ende anschauen, weil der Aufbau von Webinaren ganz oft so ist, dass es eben erstmal die ganze Vorgeschichte gibt und am Ende gibt es dann vielleicht noch einen Sonderpreis oder ein Special oder was auch immer und dadurch wird die Aufmerksamkeit gehalten und Teilnehmer, die sich eben die Zeit geserviert haben, die sich für das Thema interessieren, werden auch bis zum Ende in deinem Webinar bleiben. Das heißt, du kannst zum Beispiel Verkäufe direkt über das Webinar tätigen. Also du erklärst alles und danach hast du den Trust deines Kunden, also das Vertrauen gewonnen und durch dieses Fragenbeantworten und alles drumherum, was eben in dieser echten Live-Veranstaltung stattfindet, kannst du direkt verkaufen. Videos hingegen sind natürlich auch eine super Möglichkeit, dein Produkt vorzustellen, deine Serviceleistung vorzustellen, dich vorzustellen und so weiter, weil auch das in dem bewegten Bild ganz anders bei deiner Zielgruppe ankommen wird, als wenn du zum Beispiel nur einen Blogartikel hast. Nichts gegen Blogartikel, aber das bewegte Bild, das Zeigen des Produktes oder der Dienstleistung oder der Persönlichkeit, wie auch immer, macht nochmal einen Riesenunterschied und verkauft natürlich letztendlich auch, allerdings eben nicht so direkt und nicht ganz so gezielt, wie das ein Webinar zum Beispiel umsetzen kann. Was man nicht vergessen sollte, Webinare zum Beispiel können nicht vor- und zurückgespult werden und natürlich auch nicht gestoppt werden. Das heißt, sie müssen so aufgebaut sein, dass sie eben die Aufmerksamkeit der Teilnehmer halten und dass sie eben durch die Interaktion auch von den Teilnehmern als spannend und als sehenswert empfunden werden. Bei Videos kann ich ganz einfach aufhören, kann zwischendurch Kaffee trinken, Mittag essen, Pause machen und danach einfach wieder einschalten und weiter gucken. Dadurch kommt es zum Beispiel ganz oft, dass Videos nicht bis zum Ende geschaut werden. Da wird einfach ein Teil angeguckt, den man eben gerade brauchte oder wenn es nicht ganz so aufregend war, dann wird bis zu einem gewissen Punkt geguckt. Dann möchte man noch weiter gucken irgendwann. Dieses Irgendwann findet dann doch nicht mehr statt. Also habe ich eigentlich nur einen Teil des Videos gesehen, während ich mit dem Webinar meine Teilnehmer soweit eingebunden habe, dass sie bis zum Ende gucken. Ja, das sind so die groben Unterschiede bzw. eigentlich sind es ziemlich viele Schnittmengen. Das Einzige ist eben, das eine ist wirklich live, das andere ist on demand. Und wie ich schon am Anfang sagte, beide Tools sind super mächtig. Du musst jetzt einfach schauen, was für dein Business, wann das Richtige ist. Weil wenn ich dir eine Empfehlung geben darf, nutze beides. Aber schaue für bestimmte Sachen, wenn du zum Beispiel einen direkten Launch oder eine direkte Infoveranstaltung hast, dann nutze doch ein Webinar und hol deine Zielgruppe gezielt ab. Hol sie gezielt in deinen Webinarraum. Sprich mit ihnen, erklär, worum es geht, zeig nochmal auf, was sie davon haben, wo der richtige Mehrwert liegt. Das kannst du im Video teilweise nicht ganz so, weil du einfach nicht in den Kontext mit der anderen Person treten kannst. Also, noch einmal zusammengefasst. Vorteile haben wir gerade gesehen. Beides ist sehr nachhaltig, beides ist sehr beständig. Und nicht zuletzt muss ich dazu sagen, die große, große Schnittmenge von Videos und Webinaren ist natürlich, dass Webinare meistens aufgezeichnet werden und mit der Aufzeichnung eigentlich nichts anderes sind als ein Video. Gehen wir noch einmal kurz auf Nachteile ein. Gibt es wirkliche Nachteile für dich, wenn du das veranstalten möchtest oder ein Video drehen möchtest? Zum einen sind Webinare, wenn du Live-Events planst, natürlich deutlich zeitintensiver, als wenn du einfach nur ein Video aufnimmst. Mit einfach nur möchte ich das kurz in Anführungsstriche stellen. Aber du weißt sicherlich, was ich meine. Es bedarf einer anderen Vorbereitung. Natürlich musst du für ein Webinar viel mehr Zeit einplanen. Ein Video ist meist kürzer als ein Webinar, sollte es auch sein. Das Webinar ist ja durch den Aufbau bedingt schon durch deine ganzen Infos und dann noch Frage-Antwort-Teil und Ähnliches mit den Interaktionen sowieso zeitintensiver, weil du deine Teilnehmer eben viel mehr mit einbindest. Beim Video hast du das nicht. Und dementsprechend ist das, wenn man das so nennen möchte, ein Nachteil für die Webinare, ist aber gleichzeitig auch ein Vorteil. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Unterschied. Ja, Webinare und Videos unterscheiden sich eigentlich nicht so wahnsinnig großartig voneinander in ihrem Aufbau, weil mit beiden möchte ich echten Content und echten Mehrwert für meine Zielgruppe bereitstellen. Zumindest sollte das dein Anspruch sein. Und ja, das eine ist einfach nur, dass du in den direkten Kontakt trittst. Das andere ist ein bisschen der indirekte. Und wenn du das in Kombination machst, hast du, glaube ich, eine super Mischung. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du konntest einige Informationen mitnehmen. Und wenn du mehr erfahren möchtest, wie du deine Reichweite vergrößerst, wie du deine Sichtbarkeit vergrößerst mit Videos, mit Webinaren und nicht zuletzt auch mit Pinterest, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss.